So, da wollen wir mal ein bisschen die Rasensprenger umstellen. Ich könnte mich echt mal wieder rasieren, ich sehe aus wie so ein Wikinger oder so, keine Ahnung wie man es nennen soll. Ja, Pool ist auch sauber, neue Spielsachen, neue alte, aufgeblasen. Und ich habe herausgefunden, ich kann hier die Kameragröße ändern, einmal das groß machen, das wieder klein und das groß machen, das geht alles mit einer Poco X3 oder so, auch ganz cool. Mal gucken, dass die Straßensprenger hier, aber steht immer hier, dass er irgendwie weiter da hinten in die Büsche rein spritzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so reicht. Spritzt er genau nämlich da in die Büsche. Noch ein kleines Stück hier, hierher. Und dann spritzt er nämlich da in die Büsche und dann kann ich da nachher ein Stück umstellen. Ein bisschen Holz, ich glaube man kann sogar mittlerweile wie jetzt eine Minute dreißig aufnehmen. Ja, ich lasse ihn ein bisschen laufen, ein, zwei Stunden. Dann werde ich meine Baumfarm hier vorne nochmal einmal gießen. Also Wasserspiele, wenn man so einen ersten nicht kennt. Hier den Schlauch einfach reinhalten, so, da rein, hier rein. Und prima. So, das ist die Garage vom Nachbarn. Hier ist meine mächtige Mülltonne, aber ist eigentlich für Holz gedacht. Holzmülltonne. Ein kleiner Komposter, also das ist Blumenerde hier unten. Muss ich mal umwälzen und dann passt das alles wieder. Ja. 一定 will.